so jetzt kommt ein unboxing video und zwar für ein notebook gucken wir uns erstmal die kiste so von außen an macht einen guten soliden eindruck echte pappe aus naturholz hier vorne haben wir ganz viele details drauf lauter kleine zahlen ein paar komische worte ethernet card reader und so und zeugs jetzt machen wir das ganze ding mal auf gucken wir mal drin jetzt hier zu öffnen sehr leicht und selbsterklärend macht beim deckel einfach hoch und schon haben wir einen blick freigelegt für die eingeweide ziehen wir das alles mal raus muss man natürlich ganz vorsichtig machen weil das hat schweine jälte kostet kuscheliger schaumstoff geriffiges gefühl an beiden seiten machen wir mal plopp und ab jetzt kommt hier noch so eine umverpackung zum vorschein das ist wahrscheinlich noch ein regenschutz zusätzlich man weiß ja nie wie das wetter wird hat allerdings paar kleine löcher hier drin das ist natürlich nicht so günstig wahrscheinlich ein montags modell jetzt haben wir hier noch mal so einen fluffigen überzug auch ganz schön wir können auch mal unten drauf gucken falls das jemand lesen kann ich weiß nicht okay ich denke das war es mal ich werde es jetzt mal wieder in boxen gut gut ja ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017